Hi, in diesem Video soll es um die O-Deklination gehen, und zwar um die Gegenüberstellung der Neutrum-O-Deklination und der Maskulin-O-Deklination. Dabei haben wir hier eine Tabelle. Hier werden wir den Singular der Deklination eintragen, hier den Plural. Hier haben wir den Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ und Appellativ. Als Beispiel für die Neutrum-O-Deklination haben wir Vinum, Vin der Stamm, um die Endung, und Discipulus, Discipul, der Stamm, Us, die Endung und das Ganze Maskulin. Nun werde ich in Schwarz zunächst die Endung von Vinum eintragen, danach Discipulus, Rot, die Endung gegenüberstellen. Zunächst in Schwarz. Im Nominativ hätten wir um, hier hätten wir i, hier hätten wir o, hier um, hier o. Hier hätten wir dann ein a, hier ein o rum, hier ein is, hier ein a und hier ein is. Discipulus nun gegenübergestellt. Im Nominativ haben wir das us als Endung. Hier i, o, um, o, i, o rum, is, os, is. So, schauen wir uns das Ganze jetzt mal genauer an. Wir sehen, in vielen Fällen ist das vollständig identisch. Hier haben wir bei beiden ein i, bei beiden ein o, o rum und is, und auch im Applativ scheint das vollständig identisch zu sein. Die Unterschiede liegen im Nominativ und im Akkusativ. Sie ist umrahmig dementsprechend mal auch in Rot. Hier haben wir bei Neutrum ein um und bei Maskulin ein us. Im Plural haben wir hier ein a und hier ein i. Applativ haben wir, wie gesagt, überall die Gleichendung. Akkusativ haben wir allerdings Unterschiede. Hier haben wir beim um beide gleich. Allerdings im Plural gibt es einen Unterschied. a bei Neutrum und os bei Maskulin. Wir sehen, dass es allerdings viel mehr gleichartige Fälle gibt als Unterschiede. Das bedeutet, wenn wir eine der beiden Deklinationen können, müssen wir nicht die andere komplett neu auswendig lernen, sondern es reicht voll und ganz, wenn wir die, die wir schon auswendig können, etwas modifizieren, und zwar immer im Nominativ und im Akkusativ. Das müssen wir uns nur merken, da müssen wir umswitchen und schon funktioniert das dann ganz gut. Und wir gucken uns das Ganze nochmal an. Vinum wäre dann vinum, vini, vino, 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 vina, vinorum, vinis, vina, vinis. Discipulus wäre discipulus, discipuli, discipulo, discipulum, discipulo, discipuli, discipulorum, discipulus, discipulos, discipulus. Wir sehen, die beiden Deklinationsarten, Neutron und Maskulin, sind sich bei der O-Deklination sehr ähnlich. Ich hoffe, hier geholfen zu haben, sich das Ganze einzuprägen. Wie gesagt, die Beschreibung unten bitte immer bei meinen Lateinvideos beachten. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.